Kamera läuft, Ton läuft und bitte. Hallo alle zusammen, wir sind Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann und wir freuen uns sehr, Sie hier bei unserer Serie Der Lack ist ab zu sehen. Ja, wenn Sie Mitte, Ende 40 sind, so wie Kai oder gerade erst an der 40 gekratzt haben, so wie ich, dann fühlen Sie sich hier bestimmt wie zu Hause. Denn in Der Lack ist ab werden Sie sehen, dass Sie nicht alleine sind mit dem Älterwerden und dass Sie alles viel einfacher mit Humor nehmen können. Wenn Sie jünger sind, dann werden Sie sehen, was in den nächsten Jahren so auf Sie zukommt. Du hast Humor gesagt. Humor. Humor, sag mal. Ja, aber ich habe Humor, ist ja egal. Also was ich sagen wollte ist, für die Männer unter Ihnen, der Tom, den ich in der Serie spiele, der Lack ist ab, der sagt manchmal Dinge, die man als Mann sicherlich denkt oder manche von ihnen denken, aber besser nicht sagen sollten. Also von daher nicht nachmachen, nicht so mit der Frau sprechen, wie er es tut. Generell nicht so mit auf er. Ja, aber man kann sich, wenn Sie zum Beispiel die Folgen Milf oder Cannabis oder Shades of Grey angucken, am besten direkt mit Ihrer Frau, dann brauchen Sie es selber gar nicht mehr zu sagen. Und wenn es Ihnen gefällt, dann bitte sharen, weitergeben, teilen, ich weiß nicht, was man alles machen kann, so dass viele andere auch die Chance kriegen, das zu gucken. Cut.